Hallo, hier sind Tivo und Tessa aus dem Löwenland. Wir haben heute einen Basketballtrainer eingeladen, wie heißt er denn? Hallo, ich bin der Sascha. Du bist die Tessa, wie heißt denn Freund? Tivo! Okay, cool! Sprechen wir heute ein bisschen über Basketball, oder? Ja. Was kennst du denn über Basketball? Dass man da was reinschmeißt? Genau, in den Korb hinein. Weißt du, wie viele Spieler eigentlich im Spielfeld stehen? Nein. Nicht? Fünf Spieler pro Mannschaft. Das sind ja voll viele. Ja, voll. Und alle fünf Spieler spielen im Angriff und in der Verteidigung. Wow, Tivo, hast du gehört? Hm. Weißt du, wann ein Spiel zu Ende ist? Nein. Oder wie lange ein Spiel dauert? Nein. Vier mal zehn Minuten. Also 40 Minuten. Genau, super. Und am Ende, wenn beide Mannschaften gleich viele Punkte haben, was passiert dann? Dann ist Gleichstand. Genau, aber dann ist nicht das Ende, sondern dann geht es in die Verlängerung, bis ein Sieger ermittelt worden ist. Okay? Und heute werden wir ein paar Sachen üben, wie Basketball geht. Aber was müssen wir denn als allererstes machen, wenn wir Sport machen? Was glaubst du? Hast du dir irgendeine Idee? Tivo, du? Aufwärmen müssen wir uns ein bisschen, oder? Ja. Genau. Und da werden wir uns mal die Basketbälle hinlegen. Und wir beginnen mit Hampelmännern. Ganz einfache Hampelmänner. Ja. Ja. Gut. Und kurz ausschütteln. Und die nächste Übung sind Scherensprünge. So. So. Ausschütteln. Und jetzt was brauchen wir denn beim Basketball? Wir müssen ja was reinwerfen. Also brauchen wir unsere Arme. Jetzt müssen wir unsere Arme ein bisschen aufräumen. Wenn wir nach vorne schwingen. Ganz große Kreise. Sehr gut. Und auch zurück. Super. Und jetzt probieren wir was schwierigeres. Eine Hand nach vorne und eine Hand nach hinten. Kreisen. Wer kann das? Ja. Wer schafft das? Eine Hand nach vorne und eine nach hinten. Sehr gut. Super. Und jetzt da. Meine Lieblingsübung. Ich habe ihn so lieb. Selbstumarmung. Genau. Perfekt. Gut. Jetzt schnappen wir uns alle einen Ball. Und jetzt können wir mit dem Ball noch ein paar Übungen machen. Jetzt probieren wir einen Achterdurchgeben. Einen Achterdurchrollen. Durch die Beine. Genau. Super. Mit den Fingerspitzen schön den Ball nehmen. Super. Jetzt nehmen wir den Ball. Und jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Werfen wir den Ball in die Luft. Und klatschen, oder? Super. Jetzt probieren wir den Ball. Der Divo hat es auch geschafft, oder? Jawohl. Super. Und viel Fahrt noch. Bist du ja super. Jetzt probieren wir gleich eine Fahrtbeschrift. Und vorne und hinten klatschen und dann den Ball fangen. Schaffst du das? Fahrt vorne. Ja, fast der Divo hat es das hingekriegt. Super. Sehr gut. Ja, es ist nicht mehr so leicht, oder? Was können wir denn beim Basketball noch machen? Also mit dem Ball auch noch Übungen machen und trippeln. Also was glaubst du nicht? Schießen. Ja, werfen. Und was haben wir gesagt? Wie viele Spieler sind im Spielfeld oder in einer Mannschaft? Fünf. Genau. Genau. Und wir spielen zusammen. Das heißt, wir müssen passen. Zueinander spielen. Probieren wir das einmal. Okay. Gehen wir mal. Nehmen wir deinen Ball gleich. Stellen wir uns im Dreieck auf. Mhm. Und passen zueinander. Genau. Probieren wir mal. Ja. Beim Basketball passen wir nicht so, sondern von unserer Brust. Und zu der Brust, zum Partner. Genau. Probieren wir mal. Ja. Cool, gut. Super. Sehr gut. Jawohl. Spitze hoch. Es gibt auch einen Bodenpass, dass wir den Ball auf den Boden geben und der Partner den fängt. Genau. Probieren wir mal. Ja. Ja. Auch von hier von der Brust. Schön zum Mitspieler. Spitze die Ball. Ja. Viel besser das. Du bist super. Du bist ein Naturtalent. Genau. Spitze. Super. Jetzt nehmen wir uns jeder wieder einen Ball. Und das Allerwichtigste im Basketball ist natürlich Körbe werfen. Das müssen wir auch in der richtigen Technik machen. Wie glaubst du, werfen wir denn einen Korb? Wie glaubst du, werfen wir denn das? Hast du das schon mal gesehen? Mein Papa schaut das manchmal. Okay. Und schmeißt das so hoch und dann schaut man, dass man es trifft. Ja. Aber die richtige Technik ist nicht von unten, sondern von hier. Und mit einer Hand nur probieren. Mit welcher Hand schreibst du denn? Rechts. Rechts. Also wirfst du auch mit rechts. Du holst den Ball schon sehr richtig. Genauso. Und mit den Fingerspitzen drücken wir den Ball weg. Probier mal. Jawohl. Super. Und die linke Hand kommt als Stabilisation dazu. Und dann werfen wir. Probier mal. Nur in die Luft werfen. Nach oben. Probier mal. Ja, schau. Gibst du den Ball so in die Hand. Dann drehst du ihn zu dir mit einem Finger, dass die Finger zu dir schauen. Genau. Und mit der linken Hand stabilisierst du den Ball. Und das probierst du so zu werfen. Zu mir. Spitze. Genau so werfen wir. Super. Machen wir ein Wurpspiel. Okay. Ja. Aber dann nehmen wir kleinere Bälle. Dann können wir die Bälle am Boden legen. Und ich hätte gesagt, wir machen einen kleinen Wettkampf. Wer sollte beginnen? Der Tivo. Der Tivo. Okay. Dann haben wir zehn Würfe. Und wer von zehn Würfen die meisten Treffer in diesem Korb hat. Lass mal ein Tivo beginnen, oder willst du? Tivo. Tivo beginnt. Okay. Tivo. Schaffst du das? Zehn Würfe. Ich zähle mit, wie viele Treffer du schaffst. Zählst du mit mit mir? Oh. Null von eins. Ah. Ah. Der hat es klappt. Null von zwei. Ah. Null von drei. Komm, jetzt willst du ihn ausführen? Null von drei. Tivo. 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 Eins von fünf. Super. Jawohl. Zwei von sechs. Super. Schau, jetzt ist er aufgewimmter Tivo. Zwei von sieben. Zwei von acht. Zwei von neun. Und dann der letzte Wurf. Gehen wir Tivo. Jawohl. Drei von zehn. Bist du bereit, Dessau? So. Jetzt schon. Null von eins. Lockerer, lockerer. Null von zwei. Jawohl. Eins von drei. Zwei von vier. Wow. Super. Drei. Fünf. Drei. Sechs. Zwei. Drei. Sieben. Katschern. Lockerer. Ja. Drei von acht. Gämmert. Und Dessau. Beschosst. Jawohl. Vier von neun. Und fünf von zehn. Super. Bravo. Bist ein Katschern. Yes. Super. So. Danke, dass du hier warst. Tivo und Tessau. Tung. Tschüss. Gebt ihm wieder einen Daumen nach oben. Und teilt das Video gerne mit euch. Freuen. Tschüss. Tschüss.